Hey Leute, hier ist Linda. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ich habe eine kleine Überraschung für euch und zwar von Christina Aguilera, Hello, ein Song. Ja, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ja, ich habe eine kleine Überraschung für euch. So, hello, 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 oh yeah, yeah. Ich bin übrigens so müde, falls ihr es schon wisst, ich bin schon total lange auf den Beinen. Es ist schon ziemlich spät. Und ja, also bis dann. Ciao. Ciao. Ich mache Hayaten.